Das heißt so auf gut Englisch Climateflation, also es geht darum, dass extreme Wetterphänomene zu Ernteausfallen führen und die führen zu Preissteigerungen. Produkte wie Blutorangenlaft sind zu reinen Luxusartikeln geworden, also da teilt man 5 Euro die Flasche für eine 07er Flasche, das ist mir schon unangenehm. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green & Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute geht es bei uns darum, wie sehr der Klimawandel die Lebensmittelpreise treibt. Ich bin Michael Scheppe, schönen guten Tag zusammen. Einkaufen, das macht gerade ja den wenigsten Spaß. Letztes Jahr, da sind die Preise in Deutschland insgesamt um fast 6 Prozent gestiegen und einer der stärksten Preistreiber, das waren Lebensmittel. Die wurden nämlich um mehr als 12 Prozent teurer, also viel stärker als der Schnitt. Das liegt daran, dass die Hersteller eben wegen der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine mit höheren Kosten für Logistik und Energie kämpfen und die dann an den Handel und am Ende an uns Verbraucher weitergegeben haben. Experten, die machen aber auch den Klimawandel für steigende Preise verantwortlich. Klimaflation nennt man das Phänomen auch, weil die Ernten durch heftigere und häufigere Unwetter kleiner oder eben ganz ausfallen, sinkt das Angebot an Rohstoffen und der Preis, der steigt. Ein Beispiel Olivenöl, das ist gerade 53 Prozent teurer als Anfang 2023, so teuer, dass es in spanischen Supermärkten gerade das meistgestohlene Produkt ist. Orangesaft, der kostet 82 Prozent mehr und Kakao sogar 275 Prozent mehr. Ich frage mich heute, wie stark treibt der Klimawandel unsere Lebensmittelpreise? Mit welchen Problemen kämpfen die Hersteller? Und vor allem, welche Lösungen gibt es? Das möchte ich mit zwei Experten aus Theorie und Praxis besprechen. Später bin ich mit dem Klimaökonom Gernot Wagner verabredet. Los geht's aber mit Boris Völkel. Er ist Geschäftsführer des Biosaft-Herstellers Völkel und dort für den Einkauf zuständig. Die Firma Völkel, die ist in Deutschland Marktführer für Biosäfte. Die Säfte, die gibt's vor allen Dingen im Bio-Fachhandel, aber auch bei Händlern wie Edeka und Rewe. Das Unternehmen, das sitzt in Höbeck, an der Grenze zwischen Niedersachsen und Brandenburg. Und dort bin ich jetzt mit Boris Völkel verbunden. Moin, Herr Völkel. Moin, Moin. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Herr Völkel, in Ihrem Saftladen, wenn ich das so böse sagen darf, was ist denn Ihr Lieblingssaft? Also ich trinke tatsächlich am liebsten den Möhrensaft, weil man da den Qualitätsunterschied von Demeter zu konventionell am stärksten spüren und erleben kann. Wenn wir die Deutschen im Allgemeinen betrachten, sind das ja Orangensaft-Fans. Den haben Sie natürlich auch im Angebot. Die 0,7 Liter Flasche, die kostet gerade bei Ihnen im Online-Shop 3,69 Euro. Das sind, ich habe in meinem Archiv gestöbert, 12 Prozent mehr als vor einem Jahr. Warum dieser Aufschlag? Es ist maßgeblich ein Marktgeschehen, weil gerade der Orangensaft-Markt, wie jeder merkt, im Laden komplett zusammengebrochen ist. Aber wir beziehen die Ware größtenteils aus Europa und auch aus Ägypten. Und Ägypten hat mit einer gigantischen Inflation zu kämpfen und die Löhne und Gehälter sind überall, sowohl in Europa als auch um es drumherum, unter Druck sozusagen. Und ja, es gibt verschiedene Faktoren und der Klimawandel, würde ich sagen, hat mit einem Drittel auch seinen Anteil daran. Nicht unmittelbar, aber mittelbar. Werden wir jetzt bestimmt drüber sprechen. Lassen Sie uns vielleicht doch einmal ganz allgemein einmal sprechen. Inwiefern erschwert denn der Klimawandel die Produktion Ihrer Lebensmittel? Wenn Sie das in zwei Sätzen zusammenfassen müssten, was müssten Sie da sagen? Also die Wetterextreme nehmen zu. So einfach könnte man zusammenfassen. Und das macht der Landwirtschaft zu schaffen, die unter einem zusätzlich durch die Marktmechanismen getriebenen starken finanziellen Druck sowieso stehen. Und lassen Sie uns zurück auf den Orangensaft kommen. Der Lieblingssaft der Deutschen in Brasilien, wo ja 90 Prozent der EU-Importe herkommen, sind die Lagerbestände niedrig. In vielen Ländern gibt es Ernteausfälle. Was hat denn der Klimawandel damit zu tun mit dem Orangensaft? 90 Prozent unseres Orangensaftes hier kommen aus Brasilien und Mexiko. Und die USA ist doch noch ein großes Anbaugebiet. Man könnte denken, bei uns käme das doch alles aus Spanien und Portugal und Sizilien. Nein, so ist es eben bei dem Saft nicht. Und in Brasilien und Mexiko, da ist eine Krankheit ausgebrochen. Greening heißt das. Das macht den Bäumen ganz unglaublich zu schaffen. Und die müssen richtig neu gepflanzt werden. Das heißt, das ist nicht eine Krise von einem Jahr, sondern das dauert drei, vier Jahre. Die pflanzen Millionen Bäume danach. Die kriegen diese Krankheit aber auch nicht in den Griff. Und wenn dann eben sowieso diese Knappheit da ist und dann in Spanien eine unglaubliche Trockenheit herrscht, das heißt dort auch noch eine niedrige Ernte ist und dann noch irgendwo eine politische Krise dazukommt oder so und dann die Schiffe irgendwo nicht langfahren können. Das kommt halt alles zusammen. Und in Spanien diese schlechten Ernten, das würde ich schon auch unter Klimakrise verbuchen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de Jetzt haben wir über Orangensaft gesprochen. Sie haben noch deutlich mehr in Ihrem Angebot. Welche anderen Saftsorten sind denn noch vom Klimawandel betroffen? Oder sind es nur die Orangen? Also den Klimawandel, den können wir schon seit 10, 20 Jahren mit den zunehmenden Wetterextremen auf der ganzen Welt beobachten. Und es kommt immer dichter an uns ran. Ich würde mal sagen, wir sind eine der Klimazonen, die sehr spät das konkret mitkriegt. Wir kriegen es immer im Fernseher, im Handy mit. Das ist abstrakt. Aber letztes Jahr hat es, also die letzten drei Jahre waren ja, oder wir hatten drei Trockenjahre hintereinander. Massive Trockenjahre, sodass der Grundwasserspiegel so weit runter war, dass nicht mehr beregnet werden durfte in der Landwirtschaft. Ja, das ist eine ganz unmittelbare Auswirkung. Und da hat man auch konkret schon mitgelitten, wenn man die Zuckerrüben gesehen hat, wie die die Blätter haben hängen lassen. Das betrifft uns jetzt nicht so sehr, aber auch die Möhren. Rote Beete ist da unglaublich widerstandsfähig, aber diese Trockenheit ohne Ende, das war für die heimischen, gerade insbesondere Gemüse, eine unglaubliche Herausforderung. Jetzt hat es dann drei, vier Monate eigentlich am Stück geregnet, seit September. Im Herbst. Und das hat bedeutet, dass die Landwirte ihr Gemüse gar nicht rausbekommen haben. In Belgien wurde nur 20 Prozent der Möhrenmenge geerntet. Hier in Deutschland war es auch dramatisch, wie Landwirte versucht haben, mit aller Gewalt noch irgendwie das Gemüse rauszubekommen. Also es betrifft uns hier auch über diese Starkwetterereignisse. Also Ihr komplettes Sortiment ist quasi betroffen von den Folgen des Klimawandels. Es wird keine Kultur davon ausgenommen bleiben in Zukunft. Also Tomaten wurden komplett überflutet in Italien, als sie frisch gepflanzt waren, im April meine ich, im späten Frühjahr letzten Jahres. Es gab eine Katastrophe, Traubensaft aus Italien fiel komplett ausletzt, die Ernte im Grunde genommen. Also es zieht sich durch, ja. Also ist es nicht nur weit weg in Brasilien, sondern Sie haben es eben gesagt, die Tomaten und andere Gemüsesorten eben aus dem heimischen Anbau. Und Sie, Herr Völkel, Sie sind ja jetzt seit über zwei Jahrzehnten im Unternehmen tätig und bringen ein bisschen Erfahrung mit. Dieses Problem von Ernteausfällen, ist das ein neues Phänomen durch den Klimawandel oder hätten wir vor 20 Jahren das gleiche Gespräch geführt? Vor 20 Jahren hätten wir ganz sicher nicht das gleiche Gespräch geführt. Ich habe aber so ein Gespräch vor 20 Jahren mit meiner Freundin geführt. Die damals in Gießen Agrar studiert hat. Und dann habe ich sie gefragt, ja, was lernt ihr denn da gerade? Und dann sagt sie, ja, wir simulieren gerade an den heimischen Pflanzen das Wetter von in 20 Jahren. Da war ich natürlich neugierig. Ich sage, ja, wie ist denn das Wetter in 20 Jahren? Das wüsste ich doch gern. Ja, dieses moderate Wetter, was wir gewohnt sind, das wird dann abgetauscht werden durch zunehmende Wetterextreme. Ja, wir werden extreme Niederschlagsereignisse haben und extreme Dürrephasen. Aber, dass es Ernteausfälle immer schon mal gegeben hat, auf jeden Fall. Es hat Fröste gegeben in ganz Europa schon vor, in 2017 oder sowas. Da gab es einfach gar keine Äpfel. Was ist das Wetter geworden in den letzten Jahren? Auf jeden Fall. Es kommt im Staccato immer schneller, kommen die Krisen rein. Und die verschiedenen Krisen, die geopolitischen Krisen, dass Kriege geführt werden, dass irgendwelche Schiffe irgendwo nicht mehr landen können. Und diese Wetterkrisen und die sozialen Krisen in den Ländern und weitere Umweltkrisen, die menschgemacht sind und eben Monokulturen, die auch anfällig sind. Die addieren sich alle. Die schalten sich alle hintereinander, diese Krisen. Was heißt denn das für Ihre Zukunft als Unternehmen? Ich meine, Sie brauchen ja Rohstoffe wie Gemüse und Obst. Und der Klimawandel, es ist zu fürchten, wird ja eher schlimmer als besser werden. Was bedeutet das für die Zukunft Ihrer Firma? Ich glaube und bin überzeugt, dass in Zukunft Beziehungsfähigkeit die absolute Grundvoraussetzung sein muss, sowohl mit den Kunden als auch mit den Lieferanten, um überhaupt weiter bestehen zu können. Diese Marktmechanismen, ich kaufe halt immer da, wo es gerade am billigsten ist, die werden so in der Form, auch mit diesem spekulativen Charakter, wie sie vorherrschen im Moment, die taugen nicht, um zu antworten auf diese multiplen Herausforderungen, sage ich mal. Und Landwirte brauchen eine stabile wirtschaftliche Rahmenbedingung, um sich den ökosozialen Herausforderungen stellen zu können. Wenn sie nur unter Marktdruck sind, die ganze Zeit... Ja, lassen Sie uns da doch ins Detail gehen, Herr Vögel. Wie unterstützen Sie Ihre Landwirte denn? Haben Sie ein Beispiel für mich, wie Sie die konkret unterstützen? Also ich sage Ihnen mal, vor zwei Jahren, die Marktmechanismen sind ja nicht ganz doof. Wenn es viel gibt, geht der Preis runter, fließt mehr ab und so weiter. Das ist ja alles schön und gut. Ja, diese unsichtbare Hand und so funktioniert im Grunde. Aber der Mensch übertreibt es einfach da an der Stelle. Und vor zwei Jahren gab es eine sehr starke Apfelernte hier im Norden. Und die Landwirte wussten nicht, wohin mit den Äpfeln. Und es war ein Preisverfall sondergleichen. Die niedrigen Preise wurden aber teilweise vom Handel nicht weitergegeben. Das heißt, die Preise waren niedrig und der Abfluss hat gestockt. Was haben Sie gemacht? Und das war ziemlich brutal. Und wir haben den Landwirten, insbesondere hier im Alten Land, das ist ein sehr großes Obstanbaugebiet, gerade auch im Ökolandbau, haben wir 90 Prozent der Äpfel, die sie da übrig hatten, haben wir abgenommen, haben externe Tanklager angemietet und haben ihnen den stabilen Preis bezahlt, den wir ihnen immer bezahlt haben. Aber müssen Sie wirtschaftlich für verrückt erklären, oder? Ja. In dem Moment war das das Doppelte vom Marktpreis für mehrere tausend Tonnen. Wir haben dann 6.000 Tonnen in externen Tanklegern untergebracht, weil wir den Platz gar nicht mehr hatten. Und da hat schon der eine oder andere die Stirn gerunzelt und den Kopf geschüttelt. Aber innerlich haben, glaube ich, schon alle gespürt, ja, das muss man tun. Dann ist aber immer dieses Aber. Es folgte darauf eine relativ magere Apfelernte und eine sehr hohe Nachfrage. Und die Landwirte haben uns das dann gedankt. Sie haben dann auch zum stabilen Preis. Der normale Marktmechanismus wäre dann hochgegangen. Richtig. Das kann man natürlich auch sagen, okay, dann im einen Jahr ist ganz niedrig, im einen ganz hoch. Aber ganz hoch ist es dann eben nur, wenn es ganz wenig gibt. Aber war es Glück? Ich meine, das kann man ja nicht immer planen, oder? Das erschwert doch das Einkaufsmanagement, der Klimawandel. Oder gehen Sie jetzt solche Risiken immer ein und kaufen groß Orangen und Äpfel an? Nee, das war kein Glück und auch keine Spekulation, sondern das ist eine Haltung. Und wenn man seinen Landwirten mit dieser Haltung begegnet, dann ist man in Beziehung. Und dann ist es eine Frage des Menschenbilds, wie man glaubt, dass der andere sich verhalten wird oder die andere. Man kann sich auch mal verträgen, das Ganze abgeschwächt machen, dass man sich absichert, dass man sagt, ich nehme dir dieses Jahr zum stabilen Preis seine Sachen ab, aber dann musst du das nächstes Jahr auch machen, wenn man nicht dran glaubt, dass der oder die andere das auch erwidern wird. Ein Punkt eben die Partnerschaft, der andere Punkt eben ihr Fokus auf Bio. Das finde ich eine ganz interessante Entwicklung. Normaler Orangensaftkonzentrat, dafür hat sich der Preis zwischendurch verdoppelt. Für Biosaft ist er nur etwas gestiegen. Ihr Bio-Fokus, hilft der Ihnen, um die Folgen des Klimawandels, ich sag mal, abzufedern? Ja, der hilft uns auf jeden Fall. Das sind erstmal wirtschaftlich stabilere Konstrukte, wie ich schon angedeutet habe. Da ist nicht alles auf den letzten Cent getrimmt. Man muss ehrlich sein, dass unser Ausgangsniveau recht hoch ist, dass wir schon recht teuer waren. Genau, 3,70, vorher 3,29, da gibt es deutlich künftigeres. Da möchte ich mal ehrlich sein. Aber es ist das stabilere Konstrukt, sowohl ökologisch wie auch ökonomisch. Ja, auch im Gemüsebereich oder so, dass zum Beispiel die Flächen gut durchwurzelt sind. Wenn man mit zu schwerem Gerät auf seine Flächen fährt, dann versiegelt man die auch sozusagen. Dann gibt es so eine Art Sperre, das Wasser kann nicht mehr weg. Ja, und dann hat man das Wasser auf seinem Acker stehen und im Grundwasser fehlt es. Und man darf nachher nicht mehr beregnen und so weiter. Die Probleme spitzen sich jetzt alle zu, was wir auch darin merken, dass eben dann die Traktoren, die Menschen auf der Straße landen. Weil einfach sehr, sehr viele Probleme sich jetzt zuspitzen. Und es ist ja einfach, dann mit dem Finger auf einzelnen Politiker zu zeigen und zu sagen, der ist jetzt schuld und die Ampel, das ist jetzt die Schuld und so. Das sehe ich ein bisschen komplexer. Aber wir sind in einer Zeit, wo alles, was schon seit Jahren und Jahrzehnten so schwelt, sich zuspitzt. Und da würde ich sagen, hat der Ökolandbau wirklich schon gute Antworten, die schon umgesetzt werden, aber wo auch Weiterentwicklung stattfinden muss. Ist er denn wirklich für alle eine Lösung? Ich meine, ich muss es Ihnen nicht erzählen. Biolandbau ist aufwendiger als konventioneller und er bringt weniger Ertrag auf derselben Fläche. Ist das auch für Konkurrenten eine Lösung von Ihnen, die ja auch mit dem Folgen des Klimawandels kämpfen? Ich würde schon sagen, ja. Und wir sind auch in Austausch mit Wettbewerbern. Unser Ziel ist 100% Bio und nicht 100% Völkel. Also wenn andere auch eben dem Weg folgen, dann begrüßen wir es grundsätzlich, solange eben nicht so überkapitalistisch vorgegangen wird. Hier mega Preisdrückerei und so weiter. Wenn wir die konventionelle Denke auf Bio anwenden, dann können wir mit Bio in den gleichen Problemen landen. Wenn wir riesige Monokulturen machen in Bio, das geht. Und riesige Bio-Hüterställe bauen und riesige Mengen an Bio-Soja aus Argentinien holen und damit Bio-Kühe füttern, damit ist nichts geholfen. Das muss immer noch mit Sinn und Verstand gemacht werden. Also nur zu sagen, Bio ist jetzt das Geheimrezept, so einfach ist es nicht. Man muss schon auch noch, wir nennen es gesunde Lebensmittel aus gesunden Strukturen. Also das Ganze muss angeschaut werden. Ein ganz guter, konventioneller Landwirt, der wird viel besseres Gesamtergebnis haben, als ein ganz schlechter, mies wirtschaftender Ökolandwirt, der eine Riesenfläche macht und Hauptsache auf Ertrag guckt. Das geht mit Öko natürlich auch. Aber ein kluger, von Wissenschaft gut begleiteter Bio- oder biodynamischer Anbau von Obst und Gemüse ist aus meiner Sicht schon die Antwort. Herr Völk, wir haben jetzt viel über Probleme, aber auch über Lösungen gesprochen. Und jetzt in meinem Kopf zumindest, könnte es zumindest auch Vorteile durch den Klimawandel geben, weil bei uns wird es ja eben auch wärmer und vielleicht können wir jetzt bei uns Produkte anbauen, von denen das vorher nicht möglich war. Also ist es denkbar, dass Orangen demnächst bei Ihnen auch um die Ecke wachsen, wie früher in Spanien oder sind das Hirngespinste von mir? Tja, die Orange des Nordens ist ja der Sanddorn, der hat aber auch seine Probleme. Es kommen nämlich auch immer mehr Schädlinge, die wandern eben auch, die profitieren. Aber jetzt mal über die Chancen sprechend, Speisesoja zum Beispiel, für Tofu und so weiter. Das wurde bisher in Deutschland nur versuchsweise angebaut. Vor zehn Jahren hat man am Bodensee damit angefangen, da hat man so ein Mikroklima gehabt. Und mittlerweile ist das gang und gäbe, Speisesoja anzubauen in Deutschland. Also da sehe ich schon eine Chance drin, auf jeden Fall. Und wie eben angedeutet, die Kirschessigfliege ist so ein Schädling zum Beispiel, der immer weiter nach Norden kommt. Der betrifft Himbeeren oder Holunder oder andere Rotfrüchte. Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir... Also unterm Strich sind Sie da optimistischer oder doch pessimistischer? Ich meine, neue Anbaumöglichkeiten, neue Schädlinge, wie sehen Sie es unterm Strich? Also wir träumen schon lange davon, Ingwer in Deutschland anbauen zu lassen und so. Aber ja, dann kommen neue Krankheiten und sowas mit, die man nicht kennt. Das ist jetzt schon mit Rastolnia ist so eine Krankheit, die der Ingwer mitbringt, die ist dann für die Kartoffel gefährlich und so. Da fängt es plötzlich an, heikel zu werden. Also an den bestehenden Ökosystemen zu ruckeln, was hier jetzt Wissenschaftler für sein. Aber mein Gefühl sagt mir, unterm Strich ist das eher von Nachteilen behaftet, weil so viele Krisen auf einmal reinballern. Ein letzter Punkt, Herr Völkel, noch lassen Sie uns über die sprechen, die ihre Produkte kaufen, die Verbraucher eben. Was bedeutet denn das alles für die Verbraucher? Die Climateflation, der Klimawandel, die steigenden Preise? Müssen wir uns daran gewöhnen, dass es den Orangensaft vielleicht gar nicht mehr in derselben Qualität gibt oder den Möhrensaft gar nicht mehr oder was auch immer? Also müssen wir uns auf ein verändertes Einkaufsverhalten einstellen? Da gehe ich von aus. Also Orangensaft wird seine drei Jahre etwa brauchen, bis diese ganzen wahnsinnigen Auffpflanzungen, ja, bis die in die Gänge kommen. Das wird nicht in einem Jahr einfach wieder weg sein. Produkte wie Blutorangensaft sind zu reinen Luxusartikeln geworden. Also da zahlt man fünf Euro die Flasche für eine 07er-Flasche. Das ist mir schon unangenehm, aber die Menschen auf sie zielen, die machen es einfach sonst nicht mehr. Die haben so viele Krisen dort unten, sozial, ökonomisch, aber auch ökologisch und Klimawandel und alles. Also viele sehr liebgewonnene Produkte, das schmerzt mich selbst sehr, die werden zum absoluten Luxusgut. Und wir müssen zusehen, dass wir eine Wertschätzung hinkriegen für unsere heimischen Produkte. Ansonsten schmeißen die Landwirte hier auch hin oder finden keine Nachfolge. Und dann ärgern wir uns nachher. Also im heimischen Anbau haben wir schon Chancen. Aber wenn alles immer nur nach dem Preis guckt, dann werden wir die Chancen verspielen. Also Verbraucherinnen und Verbraucher sollten sich nicht nur das Produkt anschauen, sondern die Strukturen dahinter aus meiner Sicht. Wo sehe ich Akteure, die verantwortungsvoll handeln? Und man braucht die großen Konzerne, Unilever & Co. nicht schlecht machen. Die machen auch so ihre Hausaufgaben, aber das machen sie nicht, weil sie so gut sind, sondern weil der Druck eben kommt von den Wettbewerbern, die eben inhaltlich nach vorne gehen und sagen, hey, wir machen samenfestes Saatgut oder so. Oder wir gehen auf Naturland, Bioland, Demeter oder so. Da wird ein Druck aufgebaut und die Verbraucherinnen und Verbraucher fragen es nach. Und dann müssen sie handeln. Und dann kommt der Brainforest Alliance oder irgendwie ein neues Label oder so oder neue Haltungsform oder so. Ja, der Markt reagiert. So, an der Stelle ist Wettbewerb belebtes Geschäft schon etwas. Ja, also Kundinnen und Kunden sollten auf jeden Fall überall, wo das Kundenversprechen gemacht wird, das ist zukunftsfähig. Ja, das sollten sie auf jeden Fall honorieren. Damit stimulieren sie Unternehmen, in Nachhaltigkeit zu gehen. Aber die meisten Unternehmen haben diese Not schon auch erkannt, in nachhaltige, im weitesten Sinne nachhaltige Strukturen zu gehen. Also, dass dieser Turbokapitalismus, den wir ein bisschen überreizt haben aus meiner Sicht, dass der ausgedient hat, wer das jetzt noch nicht erkannt hat, im Wirtschaftlichen, ja, das würde mich sehr wundern. Trotzdem wird es so lange weiter betrieben, wie es irgend geht. Das sind Einblicke von Boris Völkel, dem Geschäftsführer Einkauf beim Biosaft-Hersteller Völkel. Vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute für die Zukunft. Danke, ebenso. Und bevor wir gleich mit dem Klimaökonom Gernot Wagner sprechen, habe ich noch einen Tipp für Sie. Wenn Sie nämlich noch mehr zum Klimawandel und die Auswirkungen auf die Wirtschaft erfahren wollen, gehen Sie einfach auf handelsblatt.com slash mehrklima. Dort können Sie das Handelsblatt vier Wochen lang für nur einen Euro lesen. Probieren Sie es doch gern mal aus. Ich freue mich auf Ihr Feedback. Kommen wir nun von der Praxis zur Theorie und damit zu Gernot Wagner. Der Klimaökonom unterrichtet und forscht an der Columbia Business School in New York. Gernot Wagner ist in Österreich aufgewachsen und hat an den Universitäten von New York und Harvard gelehrt. Und mit ihm bin ich jetzt in den USA verbunden. Schönen guten Tag, Herr Wagner. Guten Tag. Herr Wagner, Extremwetter, die treten durch den Klimawandel ja häufiger auf und sie werden auch heftiger. Mal ganz allgemein gesprochen, sorgten der Klimawandel bei Lebensmitteln für steigende Preise? To dare. Das heißt so auf gut Englisch Climateflation. Also es geht darum, dass extreme Wetterphänomene zu Ernteausfallen führen und die führen zu Preissteigerungen. Und nun ist ja der Klimawandel nicht das Einzige. Ich habe es eingangs schon gesagt, Hersteller, die haben ja auch höhere Kosten für Logistik und Energie, vielleicht auch für ihre Mitarbeiter und die geben die ja dann an den Verbraucher weiter. Können Sie das Ausmaß des Klimawandels an den Preissteigerungen beziffern? Kann man irgendwie sagen, das hat zehn Prozentpunkte, macht das aus oder die Hälfte? Oder was wäre da Ihre Größenordnung, die Sie geben würden? Also kann man, und die Studie kommt tatsächlich aus Deutschland, also nicht von mir persönlich, aber ja, man kann vor allem zum Beispiel in Ereignissen wie der Hitzewelle 2022, also da gab es andere Phänomene auch, da gab es den 24. Februar, da gab es Fossilflation, also tatsächlich höhere fossile Energiepreise, führen natürlich auch zu Inflation. Und dann gab es die Hitzewelle, die damals so um 0,3 bis fast ein Prozentpunkte der Inflation im Jahr 2022, was tatsächlich ein Hochinflationsjahr war, die waren tatsächlich direkt auf diese Hitzewelle, auf den Klimawandel zurückzuführen. Sie sprechen die Studie der Europäischen Zentralbank an, die die Bank eben mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gemacht hat und die haben auch quasi eine Prognose in die Zukunft gemacht und die sagen nämlich, die Inflation bei Lebensmitteln, die steigt bis 2035 jedes Jahr um 3,2 Prozentpunkte. Ist doch ein deutlicher Effekt, oder? Wie würden Sie das einschätzen? Also das ist es und vor allem dann insgesamt, also wenn jetzt die Target Inflation Rate, wie es so auf gut Englisch heißt hier in Amerika, bei zwei Prozent liegt, also wenn die Zentralbank sagt, wir wollen keine Inflation über zwei Prozent, eben auf langfristige Sicht gesehen und die Hälfte davon ist Klimawandel, dann führt das tatsächlich zu makroökonomischen Problemen. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass Climateflation natürlich nicht in Isolation auftritt. Da gibt es ja andere Phänomene, die auch mit dem Verbrennen von fossilen Energieträgern zusammenhängen und das alles zusammengenommen, ja, schlägt sich dann tatsächlich auf Preise. Was ist denn, wenn Sie jetzt für mich in die Zukunft schauen müssten? Ich meine, wir kaufen ja jeden Tag oder einmal die Woche, je nachdem, unsere Lebensmittel ein. Ist das ein Problem, der Klimawandel und die Preise im Supermarkt, was sich verschärfen wird in den nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren? Wie ist da Ihr Blick nach vorn? Also tatsächlich, und das ist jetzt wieder die Europäische Zentralbank- und PIC-Studie, dass sich, also selbst jetzt, heute schon, diese Phänomene auf Preise umschlagen und das natürlich tatsächlich Jahr für Jahr nur noch schlimmer werden kann wegen dem Klimawandel. Da gibt es Adaptierung, klar, wir passen uns an, aber diese Anpassung kostet natürlich ebenso. Herr Wagner, wir haben eben mit Herrn Völkel, dem Orangensaftproduzenten, schon über den Anstieg der Orangensaftpreise gesprochen. Wenn man in die Statistiken schaut, da fällt der Kakao besonders auf. Der ist 275 Prozent teurer, gerade als noch Anfang 2023. Und der Großteil der Preissteigerung, der kam erst in den letzten Wochen. Und was hat denn der Klimawandel mit Kakao zu tun? Mit Ernteausfällen. Also tatsächlich, dass vor allem Lebensmittel, Commodities, Kakao zum Beispiel oder Zucker, die tatsächlich von bestimmten Regionen kommen, die sehr, sehr stark vom Klimawandel betroffen sind, da kannst du dann schon mal zu einem extremen Wetter-Event kommen, zu Ernteausfällen und tatsächlich zu radikalen Preissteigerungen. Ja, und es ist ja eben nicht nur Kakao und Zucker, sondern auch das Olivenöl. Wegen Natur in Spanien hat sich die Hälfte des weltweiten Angebots fehlt gerade auf dem Markt. Entsprechend sind die Preise gestiegen. Ganz einfacher ökonomischer Effekt von 10,30 Euro für einen Liter auf aktuell 15,70 Euro. Und der alte Preis, der war 2022, ist also auch gar nicht so lange her. Und Olivenöl, Herr Wagen, das ist das beliebteste Speiseöl der Deutschen. War das jetzt einfach nur Pech, weil es mal ein schlechtes Jahr war? Oder ist das ein dauerhafter Effekt, dass wir uns im Supermarkt auf deutlich teureres Olivenöl einstellen müssen? Also leider ist es nicht Pech. Leider sind das tatsächlich wir und das Verbrennen von fossilen Energieträgern, die zu Klimawandel führen, die zu diesen extremen Wetterphänomenen führen. Und tatsächlich, also es ist ja nicht nur jetzt offensichtlich, also vor ein, zwei Jahren kann ich mich erinnern, wo plötzlich Avocado-Preise in die Höhe geschnellt sind. Warum? Extreme Wetterphänomene, in dem Fall in Mexiko, die dann zu höheren Avocado-Preisen hier in Amerika geführt haben. Und tatsächlich, wie gesagt, nicht alles ist zu 100 Prozent immer nur der Klimawandel. Aber lässt sich diese Verbindung ziehen? Klar. Eine Verbindung, die hat auch Stiftung Warentest gezogen. Die Verbraucherschützer, die haben sich nämlich die Qualität von Olivenöl angeschaut. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Qualität des Olivenöls, die ist schlechter geworden und die machen dafür den Klimawandel tatsächlich ursächlich. Vielleicht ein bisschen allgemeiner gesprochen, Herr Wagner, weg vom Olivenöl. Müssen Sie und ich, also wir Verbraucher, uns daran gewöhnen, dass es nicht mehr alle Produkte, die wir heute im Supermarkt finden, immer und immer in der gleichen Qualität gibt in Zukunft, eben wegen Missernten? Also alles, was ich dazu sagen muss, ist englischer Wein. Also wenn tatsächlich Klimawandel jetzt die Weinproduktion in den Norden verlagert und plötzlich wir den Wein nicht mehr aus Frankreich, sondern England bekommen, dann ja, persönlich würde ich mich mehr über Kaffeesorgen machen und da genauso. Also im Grundsatz, das wirkliche Phänomen ist ja, wir haben uns in den letzten tausenden Jahren, also 10.000, 15.000 Jahren auf diese relativ stabilen Wetter-Klima-Phänomene eingestellt. Die waren tatsächlich sehr, sehr stabil, vor allem relativ gesehen zu dem, was jetzt auf uns zukommt. Das heißt, wir müssen uns Sorgen machen als Verbraucher oder was heißt Sorgen? Oder darauf einstellen, dass es nicht mehr alle Produkte in der gleichen Qualität gibt künftig? Und wie gesagt, ja, also ich persönlich mache mir vor allem über den Kaffeesorgen. Und ja, also darum geht es ja. Es geht ja um die Kosten der Veränderung, die Kosten des Wandels. Darum heißt es ja Klimawandel. Und natürlich, diese Anpassung, diese Veränderung, die kostet einerseits in Inflation, in Preisen und natürlich auch in Sachen Qualität. Wir haben jetzt über Kakao, Zucker, Olivenöl gesprochen. Haben wir irgendwas vergessen oder sind das gerade die Produkte und Rohstoffe, die, ich sage mal, unter den Folgen des Klimawandels und entsprechend unter Preissteigerung besonders leiden und darunter gefährdet sind? Also im Endeffekt, es leiden vor allem natürlich die große Produktion, also Weizen, Mais, Reis, wo es auch darum geht, dass sich diese Produktion auf die relativ stabilen Klima der vergangenen Jahrhunderte, Jahrtausende eingestellt hat. Und jetzt plötzlich führt es zu Veränderungen, wo tatsächlich relativ kleine Veränderungen in Sachen Durchschnittstemperaturen zu sehr, sehr radikalen Schwankungen in Sachen Quantität und Qualität führen können. Das sind dann tatsächlich die Kosten. Also, okay, Olivenöl, klar. Ja, wichtig, richtig und schmeckt mir auch gut. Ja, beim Kaffee bin ich auch bei Ihnen. Ja, Kaffee natürlich genauso und Avocados ebenso, aber Sorgen mache ich mir tatsächlich um die wirklich großen, also Ernten wie Reis, Weizen, Mais und so, wo diese großen Ernteausfälle natürlich zu viel größeren Konsequenzen führen. Wobei gerade zum Beispiel die Preise für Getreide wieder gefallen sind. Da sehen wir nicht so den extremen Anstieg bei Preisen. Ah, und klar, also je größer die Produktion, desto vielerlei in Sicht stabiler. Aber bei Getreide geht es ja dann vor allem auch zum Beispiel jetzt um Ukraine, also Puttens Invasion der Ukraine, wo so 2022 plötzlich die Preise in die Höhe geschnellt sind. Und jetzt haben sich Dinge tatsächlich wieder stabilisiert. Ja, Sie haben eben schon einen Punkt angesprochen mit Ihrem Kaffee. Das mag ja vielleicht Ihr, ich möchte es mal Luxusproblem nennen oder ich habe vielleicht weniger Orangensaft zum Frühstück oder Schokolade zum Naschen, weil eben Zucker, Kakao teuer wird. Aber wir haben das gerade schon so ein bisschen angerissen. Deshalb möchte ich noch einmal nachfragen. Kann denn der Klimawandel und die Folgen von Missernten eben auch die globale Ernährungssicherheit gefährden? Ich meine, da reden wir dann ja über wirkliche Probleme bei Weizen und bei Mais. Wie groß ist denn die Gefahr? Also ganz ehrlich gesagt, natürlich, ich mache mir um meinen eigenen Kaffee sehr, sehr große Sorgen. Aber okay, ich werde es überleben. Und übrigens als Konsumenten, Konsumentinnen in reichen Ländern, werden wir es überleben. Klar, dann essen wir halt in einem Jahr ein bisschen weniger Reis und ein bisschen mehr von etwas anderem. Klar, worüber ich mir wirkliche Sorgen mache, sind die Landwirte, vor allem in Entwicklungsländern, die tatsächlich, also wo das gesamte Leben, der Lebensunterhalt von dieser einen Ernte abhängt, wo es keinen Zugang zu Versicherung, zu Märkten, zu Options, Markets und so weiter gibt, wo also ein Ernteausfall dann tatsächlich zu Dingen führen können, die wir nur in Zeitung lesen, weil wir sie persönlich noch nie tatsächlich so gespürt haben. Das heißt, der Klimawandel fördert, ich will es vielleicht so ausdrücken, auch eine Ungerechtigkeit, weil Sie in den USA und ich hier in Düsseldorf eben keine Angst davor haben muss, meinen Weizen zu bekommen, während andere Menschen leiden müssen. Ja, klar, also okay, da ist der Klimawandel nicht anders als viele andere sozialen Probleme, wo, okay, die Reichen passen sich an, die Armen sind die, die tatsächlich darunter leiden. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie brauchen Klarheit bei dem Thema CO2-Grenzausgleichsmechanismus? Erfahren Sie, welche Aspekte Sie berücksichtigen müssen, um Bußgelder, unterbrochene Lieferketten und Reputationsschäden zu vermeiden. Klären Sie Ihre Fragen im Hinblick auf die neue Berichtspflicht im Online-Seminar am 6. Mai. Jetzt anmelden und mit dem Code PODCAST 15% bei der Anmeldung sparen. Alles Weitere unter live.handelsblatt.com. Herr Wagner, jetzt haben wir ganz viel über Probleme gesprochen. Aber lassen Sie uns den Podcast am Ende doch vielleicht auch noch nutzen, um über Lösungen zu sprechen, um eben den geringen oder doch ganz ausgefallenen Ernten zu begegnen. Was sind denn Lösungen aus Ihrer Sicht? Also weniger CO2-Ausstoßen. Also wirklich, die einzige wirkliche Lösung ist jetzt einerseits Climateflation und andererseits natürlich Fossilflation genauso. Worum geht es? Fossile Brennstoffe nicht mehr zu benötigen. Okay, das heißt Wärmepumpen, das heißt Solaranlagen, das heißt Elektrofahrzeuge. Oder vielleicht doch das Fahrrad. Und es heißt im Endeffekt von dieser Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, die natürlich für beide Probleme sorgen. Also Putins Invasion hat Europa, Amerika so stark berührt, weil wir so abhängig sind von diesen russischen Gasexporten. Vor allem natürlich in Europa. Und ja, das Verbrennen dieses Gases, das Verbrennen des Öls führt natürlich genauso zu Klimawandel. Was ich noch an Lösungsideen in meinem Kopf hätte, wäre zum Beispiel weniger auf Monokulturen setzen, weil die ja weniger anfällig sind für Schädlinge. Eine Idee wäre auch Gentechniken, anderes Saatgut. Sind das auch Lösungen, die valide sind oder nur eine Idee in meinem Kopf, die nicht wirklich realistisch umzusetzen sind? Also klar, Anpassung ist natürlich ein großer Teil der Antwort, vor allem auf kurzfristige Sicht gesehen. Aber leider können wir uns nur bis zu einem gewissen Grad anpassen. Und Grad in diesem Fall ist das der wichtige Punkt. Also 0,1 Grad Anpassung? Vielleicht. Klar. 1,5 Grad um einiges schwieriger und nicht nur linear schwieriger, sondern exponentiell schwieriger. Das ist das Problem. Das heißt tatsächlich, der wirkliche Lösungsansatz, die wirkliche Lösung ist tatsächlich beim Ursprung, beim Problem anzusetzen. Und da sind wir wieder beim Verbrennen der Fossilen. Und im Endeffekt, und darum geht es ja auch, es gibt ja die bessere, neuere, vielerlei Hinsicht bereits jetzt schon billigere Technologie. Es geht ja nicht ums, ob wir das machen, es geht ums, wann. Und ja, diese Lösungen gibt es. Die bessere Technologie gibt es. Und das wirklich Wichtige jetzt aus makroökonomischer Sicht, das sind tatsächlich Technologien. Also Wärmepumpen, Induktionsherde, Solaranlagen sind Technologien, die können nur besser und tatsächlich billiger werden, während Gas, Öl, Kohle, Commodities sind, die fluktuieren immer. Also Fossilflation ist tatsächlich dieses Phänomen, dass wir, ups, alle 18 Jahre gibt es wieder mal irgendwo eine Weltwirtschaftskrise, die durch hohe fossile Energiepreise herbeigeführt wird. Was ist die Lösung? Die bessere, neuere Technologie anzuwenden. Wenn man die großen Nahrungsmittelproduzenten, die weltweit Agierenden, fragt, was sie denn tun, um das Problem zu lösen, bekommt man immer eine ganze Reihe von Antworten, wie man sich denn bemüht. Was ist denn Ihre unabhängige Betrachtung? Tun die Produzenten, die großen Nahrungsmittelriesen genug, um dem Problem von Missernten das zu lösen? Oder dem zumindest entgegenzuwirken? Also teils, teils, da geht es ja auch um viel, viel mehr. Also da geht es zum Beispiel darum, dass der Mangel an Märkten, an Versicherung für Ernteausfälle natürlich zu sehr, sehr großen Problemen führt. Und dann, diese Märkte müssen natürlich auch dementsprechend reguliert werden, um Dinge in die richtigen Bahnen zu lenken. Also von alleine funktionieren diese Dinge meist nicht optimal. Es geht tatsächlich um Steuer, um Steuerung, es geht um Politik am Ende. Und ja, da müssen sich vor allem die großen Konzerne natürlich selbst auch noch um einiges umstellen. Herr Wagner, am Schluss vielleicht noch über, ich nenne es mal Vorteile gesprochen. Wenn Ihr Kaffee vielleicht in New York um die Ecke demnächst angebaut werden kann, weil es da wärmer geworden ist. Oder Orangen und Bananen in Deutschland. Ist das ein realistisches Szenario oder sehen Sie diese Vorteile nicht? Also ich hoffe, dass in unseren Lebzeiten das nicht der Fall sein wird, dass Bananen tatsächlich in Deutschland angebaut werden. Also okay, Stichwort Grünhäuser. Also natürlich, man kann tatsächlich in nördlichen Breiten auch tropische Früchte anbauen. Aber das ist natürlich auch nicht die Lösung. Dieser Anbau zum Beispiel ist ja sehr energieintensiv, wo es um einiges besser ist, die Banane tatsächlich aus Mittelamerika einzufliegen. Also tatsächlich mit dem Flugzeug zu transportieren, anstatt sie in Norddeutschland im Glashaus anzubauen. Das sagt der Kaffeeliebhaber und Klimaökonom Gernot Wagner von der Columbia Business School in New York. Vielen Dank für Ihre Zeit und Grüße über den Atlantik. Herzlichen Dank. Und das war's mit Handelsblatt Green & Energy für diese Woche. Sind Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green at handelsblatt.com. Mein Dank, der gilt Lukas Teppler und Samira Senerath für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Ich bin Michael Schöppe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf. Zukunft ist, was wir daraus machen. Davon bin ich, Andrea Wassmuth, Geschäftsführerin der Handelsblatt Media Group, überzeugt. Und deswegen haben wir PALS, das exklusive Wirtschaftsnetzwerk der Handelsblatt Media Group, gegründet. Mit PALS wollen wir einflussreiche weibliche Köpfe vernetzen, um sich branchenübergreifend zu relevanten Wirtschafts- und Karrierethemen auszutauschen. Ich bin mir total sicher, durch einen offenen und vertrauensvollen Austausch schaffen wir es, den vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit noch besser zu begegnen und die Zukunft gemeinsam positiv zu gestalten. Informieren Sie sich jetzt und werden auch Sie ein Teil davon. Ich freue mich schon sehr auf Ihre Bewerbung für diesen ausgewählten Kreis. Unter pals.hannelsblattgroup.com